Die Superstars und großen Namen in der Champions League, die kennt ihr alle. Aber wer sind denn eigentlich die Stars von morgen? Wir haben in diesem Zusammenhang für euch einmal die Top 11 der jüngsten Spieler, die in der Champions League Gruppenphase eingesetzt wurden, zusammengestellt. Im Tor Mieles Wieler. Ihr seht die Altersangaben neben dem Namen. Da steht jeweils das Alter beim ersten Einsatz in der aktuellen Champions League Saison daneben. Im Defensivverbund haben wir dabei von links nach rechts Tyrell Malassia von Feyenoord. Dann zwei bekannte Gesichter aus der Bundesliga. Zagadou von BVB und Upamecano aus Leipzig. Sowie der Schotte Anthony Wellston von Celtic Glasgow. Im Mittelfeld Fabrizio Caligiara von Juve, der übrigens mit 17 Jahren und exakt 5 Monaten der jüngste Spieler in dieser Top 11 ist. Dazu noch Phil Foden und Brahim Diaz, beide von Man City. Und dann in der Offensive seht ihr von links Dylan Wente, ein weiterer Spieler vom niederländischen Meister Feyenoord. Dann ganz vorne Alexander Isak, der Schwede vom BVB. Und rechts offensiv jetzt schon ein Superstar mit 18 Jahren, 8 Monaten und 23 Tagen. Kylian Mbappé, der übrigens der jüngste Spieler der Champions League Geschichte mit 10 Treffern ist. Er hat damit seine Landsmann Karim Bonsema abgelöst. Abgelöst.